Was macht denn eine so attraktive Frau wie Sie hier? Ich war auf einem Nymphomanen im Kongress. Mein Gott! Was macht man denn da? Wir haben jedes Mal ein anderes Thema. Dieses Mal haben wir festgestellt, dass die Indianer am ausdauernsten sind und die Schwaben den längsten haben. Was darf ich mich vorstellen? Wie eine Tuchäberle.